Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Community, zum zweiten Mr. Futsal-Talk. Mein Name ist Daniel und ich darf mich direkt bei euch bedanken, dass ihr heute erneut eingeschaltet habt zum Mr. Futsal-Talk. Heute mit einem kurzen Sonder-Podcast, vielleicht Special, zu den beiden Länderspielen der deutschen Futsal-Nationalmannschaft. Gegner war Slowenien, erstes Spiel am Montag, also gestern, und heute das zweite Spiel im Free-TV auf Sport 1, erneut gegen Slowenien. Wir wollen euch hier eine kurze taktische Einschätzung geben zu dem heutigen Spiel, was wir im Free-TV sehen konnten. Wir wollen aber auch vorher ein bisschen die Situation allgemein einschätzen, damit man die Ergebnisse, einmal das 4-0 von Montagabend und jetzt das 5-1 von Dienstagabend, auch in den richtigen Content setzen kann und auch die einzelnen Spielhälften besser bewerten kann. Das Spiel am Montag, bevor ich zu Slowenien allgemein komme, kann man relativ schnell zusammenfassen. Die deutsche Mannschaft unterlag, wie gerade schon angesprochen, mit 4-0. Es war eine sehr engagierte Leistung, ein solides Spiel, in dem vor allen Dingen die Defensive oft geglänzt hat. Rainer Schreiber-Fernandes im Tor hat auch eine gute Leistung gebracht. Und insgesamt war es solide, 4-0. Man hätte hier und da sicherlich auch mal eine Chance nutzen können, um ein Tor zu schießen. Aber insgesamt war es eine gute Leistung gegen Slowenien. Und da muss man bedenken, Slowenien ist eine Mannschaft, die aus teilweise Profispielern besteht. Slowenien, Nummer 13 in der FIFA-Weltrangliste, sind Austraggeber für die nächste Futsal-EM, sind also eine gestandene Futsal-Mannschaft. Nicht nur die Spieler haben Erfahrung, auch die Nationalmannschaft hat schon einige Jahre Erfahrung. Und deswegen muss man hier sehen, dass man gegen Profis spielt und erkennen, dass man sicherlich annehmen musste, dass man mit einer Niederlage rausgeht. Aber das ist auch nicht weiter schlimm, weil man spielt hier gegen Spieler, die Europameisterschaft Erfahrung haben. Europameisterschaft 2014, Slowenien im 4. Finale gegen Spanien mit einem 4-0 ausgeschieden. 2016 schon in der Vorrunde gegen Gastgeber Serbien und Portugal. Aber es ist eine sehr erfahrene Mannschaft. Und deswegen finde ich die Entscheidung des DFB, dass man hier gegen Slowenien zwei Spiele macht, mutig und richtig. Denn man muss Erfahrung gewinnen. Und man muss Erfahrung so schnell wie möglich gewinnen. Und ich glaube, das hat Marcel Losfeld auch öfters betont. Man kann Erfahrung nur gewinnen, wenn man gegen die Besten sich misst. Und wenn das halt bedeutet, dass man verliert, gut, aus Niederlagen kann man meistens die besten Erfahrungen und Schlüsse ziehen. Deswegen finde ich das eine gute, mutige Entscheidung. Spiele, die hier übertragen werden, auf so einem hohen Niveau. Die Gegner haben ein fantastisch hohes Niveau. Und das hat man auch heute wieder in der ersten Halbzeit gesehen, sich da darstellen zu können. Das sind Jahre an Rückstand, Jahre an Vorsprung, die die Gegner hier schon haben. Und das kann man am schnellsten aufholen, wenn man den eigenen Spielern zeigt. Das könntet ihr irgendwann mal auch leisten. Und ich habe da wenigstens von meiner Seite aus großes Vertrauen, dass man das, was andere in Jahre sich aufgebaut haben, wir zwar auch in Jahre, aber in weniger Jahren aufholen können. Weil wir in Deutschland einfach das Talent, aber auch die Struktur dafür haben, solche Sachen schnell aufzuholen. Zum Spiel selber. Ich gehe mal ein bisschen, sagen wir mal, die Timeline strukturell und chronisch durch und werde mich immer auf ein, zwei Sachen fokussieren. Deutschland hat etwas zurückgezogen begonnen, auf einen Halbbeginn zu verteidigen. Im Tor stand diesmal Pavlos Wiegels. Gestern stand Rainer Schreiber-Fernandes im Tor. Und dann gab es zwei Blöcke. Die Blöcke bestanden aber, wenn ich es richtig gesehen habe, wurden immer ein bisschen gewechselt auf fünf Mann. Block Nummer eins waren Hoffmann und Hoffmanns, die Giorgio Heinze. Und der fünfte Mann war Luca Piga, der immer mal wieder dann, je nachdem welcher Spieler rausrotiert ist, reingekommen ist. Der zweite Block beginnt oder bestand zuerst aus Suntic, Memos, Wittig und Elezzi. Und dann kam Sandro Jurado-Garcia rein, der den restliche Zeit dann immer im Wechsel für einen der anderen vorher genannten Spieler durchgespielt hat. Wie gerade schon mal angesprochen, die deutsche Mannschaft hat auf einen Halb verteidigen zu begonnen, ein bisschen zurückgezogen. Das war, glaube ich, wichtig, um erstmal Fuß zu fassen, denn die Slowenen haben losgelegt wie die Feuerwehr. Nachdem sie sich gestern vom Gefühl her bei mir ein bisschen noch zurückgehalten haben, haben sie heute wirklich zeigen wollen, was sie drauf haben. Und das ist einfach fantastisch. Ich meine, wir sehen hier Spieler auf dem allerhöchsten Niveau, seien es überragende Spieler wie Fetic oder Schirok als Pivot vorne drin, die einfach die Qualität mitbringen. So waren die Tore relativ sauber und einfach rausgespielt. Das erste Tor nach sechs Minuten per Ecke Fetic, der immer mal wieder aus der zweiten Reihe abgeschlossen hat. Dazu gleich mehr, wie das zu diesen Situationen gekommen ist. Und in der zehnten Minute stand es dann 2-0. Da waren Konter, Fehler im Spielaufbau bei einer eigenen Ecke. Und auch da im Konter sieht man halt dann die Unterschiede zwischen einer Profimannschaft und einer Mannschaft, die noch nicht ganz so weit ist, was nicht schlimm ist. Beim Konter nicht richtig den Schritt auf den Gegner zugegangen, ein bisschen Platz gelassen. Und das wird auch so im Niveau sofort bestraft. Allgemein hat sich Deutschland ganz wohl gefühlt mit der etwas tieferen Defensivlinie. Was aber dann immer mal wieder passiert ist, und das konnten die Slowenen einfach fantastisch ausnutzen, ist, dass die Kommunikation von hinten nach vorne bei der deutschen Mannschaft nicht ganz funktioniert hat. Das heißt, der Pivot, der vorderster Mann war und auch die vorderste Linie halten muss, ist immer mal wieder eingeknickt, weil bei den Übergaben die Kommunikation nicht gestimmt hat. Grundsätzlich gibt es zwei Ansätze. Wenn, dann wird immer kommuniziert bei Übergaben oder es gibt automatische Wechsel. Automatischer Wechsel, der oft bei den Profis gemacht wird. Wenn ein Spieler aus dem Spielfeld heraus, weg vom Ball wegrotiert, dann kann ich ihn gehen lassen. Er geht auf die schwache Seite. Dann kann man ein anderer Spieler den übernehmen. Und ich kann den nächsten Spieler, der in mein Blickfeld reinkommt, nehmen. Das ist hier nicht immer passiert. Die Slowenen haben das zu 100% dann ausgenutzt. Sehr breites Spiel. Einmal rotiert. Pivot ist eingeknickt. Kompletter, diagonaler Ball vom einen Aller zum anderen. Eins gegen eins. Und dann kam der Abschluss. Das haben die sehr gut gemacht. Hatten ein extrem hohes Tempo. Man kann da fast niemandem was vorwerfen, weil wenn Profis das auf so einem Tempo machen, dann ist das auch einfach mal gut gemacht. So kam es immer mal wieder zu Abstimmungsproblemen. Auch bei den Standardvarianten, die die Slowenen dann hatten, weil das Spiel war oft in eine Richtung in den ersten Minuten. Und Fetic immer wieder aus der zweiten Reihe. Und dann hat es auch hier und da dann mal geklingelt. Umgekehrt, ich fand Durim Iletzi war wieder sehr mutig und wichtig im Aufbau der deutschen Mannschaft. Nicht ganz so stark wie gestern. Aber wenn einer am Ball gefragt war, dann war Durim immer da und hat den Ball behauptet. Und ich glaube, das tut der deutschen Mannschaft auch ganz gut, ihm mit auf dem Feld zu haben. Wiegelz war in der ersten Halbzeit auch sehr solide und hat einige tolle Paraden mit den Füßen rausgeholt. Ich glaube, mit den Füßen ist Wiegelz mit Abstand der beste Torhüter, den wir in Deutschland haben. Und das sind hohe Worte, weil wir gleich noch über den anderen Torhüter zu sprechen haben, der dann in der zweiten Halbzeit kam. Das nehme ich schon mal vorweg. Wiegelz, ich weiß nicht warum, wurde in der Halbzeit rausgenommen. Er hat zwar fünf Tore kassiert, aber ich glaube, da konnte er wenig dran machen. Beim 3-0 im Aufbau vielleicht ein bisschen unglücklich, aber ansonsten mit einer sehr soliden Leistung von hinten weg. Nach vorne hat sich Deutschland in der ersten Halbzeit ein bisschen schwer getan, als dann Jurado Garcia, Sözer, Durim und Wittig zusammen auf dem Feld waren. Waren sie zwar in der Defensive hier und da auch mal ein bisschen anfällig, dafür aggressiv, um diese taktischen Fehler rauszunehmen. Aber in der Offensive haben sie sich getraut, das 1 gegen 1 zu gehen. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, Durim Elezzi ist da ganz wichtig im 1 gegen 1. Memos Sözer kann das genauso gehen. Er kommt ja daraus in eine etwas tiefere Position im Fixo. Bei Senestadt spielt er eher auf dem Ala, hat da mehr Freiheiten. Und Wittig ist, finde ich, auch sehr aggressiv und einer, der vorne den Ball halten kann. Vielleicht müsste er mehr die Position als Pivo suchen, um den Ball festzumachen. Aber wenn die vier auf dem Feld waren, hatte man das Gefühl, da könnte was passieren. Ist es leider nicht in der ersten Halbzeit. So kam, wie ich gerade schon gesagt habe, das 3-0 von Slowenien. Bei einem leichten Aufbaufehler überwiegelt es. Da hat man nicht richtig das Ganze durchziehen können. Und das 4-0 kam wieder aus der Ecke, wo Deutschland immer ein bisschen weiter steht. Die vorderen beiden Spieler, sodass die Mitte etwas offen ist, um dann mit zwei Spielern den Raum zu decken. Das haben die Slowenen einfach fantastisch ausgenutzt, um dann Fetic aus der zweiten Reihe fast alle Abschlüsse zu nehmen, die er konnte. Gut trotzdem, Deutschland hat sich immer getraut, auch im Abwurf über den Torhüter, das Spiel aufzubauen. Das fand ich sehr beeindruckend. Da sind auch die ein oder anderen Chancen zustande gekommen. Und überhaupt sind in der ersten Halbzeit es ja nicht so, als ob Deutschland keine Chancen gehabt hätte. Ganz im Gegenteil. Sandro Juárez-Garcia hatte sich zwei Chancen selbst erarbeitet. Einmal über den Flying-Goalkeeper, der dann nach dem 4-0 von Marcel Loosfeld rausgeholt wurde, in Form von Memoš Söza. An seiner Seite Durim, Elezzi und Niklas Hoffmanns. Dann hat die Giorgio oft als Blockspieler in der Mitte und dann Sandro am zweiten Pfosten gewartet. Und so kam dann auch ein langer Ball von Memoš auf den zweiten Pfosten. Den Sandro Juárez-Garcia mit dem Kopf an die Latte bringt. Schade. Hätte vielleicht der Anschluss sein können. Wichtig wahrscheinlich moralisch. Und dann in einer anderen, sehr ähnlichen Szene. Wie gesagt, ich fand das sehr interessant mit dem Flying-Goalkeeper, als die Giorgio da den Blocker gespielt hat. Wieder ein Versuch von Memoš Söza Richtung zweiter Pfosten zu spielen. Und dann haben die Slowenen den Ball sich ergattert und das 5-0 geschossen. Ein bisschen ernüchternd. Selbstverständlich, dass man da 5-0 hinten liegt. Aber ich hatte es vorher schon erwähnt. Man muss das Ganze richtig einordnen. Wir spielen hier gegen absolute Vollprofis. Die das 5-mal die Woche trainieren. Und da ist es okay, dass man so ein Ergebnis auch mal dann hat. Weil diese Mannschaften umgekehrt kriegen dann gegen das nächsthöhere Niveau genauso Niederlagen. Das passiert im Futsal schnell. Und das große Aber und das gute Aber ist, die zweite Halbzeit war dann besser. Und die zweite Halbzeit, nehme ich mal vorweg, wurde 1-0 gewonnen. Klar kann man sagen, vielleicht war Slowenien nicht mehr mit 100% dabei. Aber ich finde, das ist vollkommen irrelevant. Und zwar ist das Auftreten der zweiten Halbzeit der deutschen Nationalmannschaft einfach anders gewesen. Man hat die Verteidigungslinie auf drei Viertel erhöht. Und da man mit vielen Wechseln körperlich ganz gut dabei war und auch mental über die gute Fitness immer da war, konnte man dann halt die einen oder anderen Stellungsfehler durch Geschwindigkeit und durch Einsatz wieder wegmachen. Und das hat den Slowenen gar nicht gut getan, dass man den Schritt nach vorne gegangen ist. Man hat sich Bälle holen können und wenn es mal nicht funktioniert hat, dann hat man sich zurückgezogen, die Klasse der Slowenen, dann ruhig das Ganze runterzuspielen, hat man hier und dort gesehen. Auch vorhin schon angesprochen, Torhüterwechsel. Rainer Schreiber-Fernandes sitzt da ins Tor gegangen. Und er hat einfach eine fantastische Leistung gebracht. Also Rainer, falls du das hörst, Glückwunsch, Weltklasse, was du im Tor gemacht hast. Genauso Pavlos in der ersten Halbzeit, aber dann in der zweiten Halbzeit nämlich auch vorweg kein Gegentor mehr bekommen. Und das war eine fantastische Leistung mit gehaltenen 6 Meter von Rainer Schreiber-Fernandes. Da auch nochmal ein kleines Extralob. Ich finde auch, die Übertragung von Sport 1 ist fantastisch, dass wir überhaupt die Möglichkeit kriegen, unsere Nationalmannschaft zu sehen. Und genauso Nico Sepe als Kommentator macht da einen guten Job. Ein paar Mythen vom Wegen keine Grätschen, ein körperloses Spiel, werden auch immer aus dem Weg geräumt. Das finde ich gut. In der zweiten Halbzeit, wie gesagt, viel besser im Aufbauspiel Deutschland. Viel mehr Chancen auf sich selber rausgespielt. Sandro Juárez Garcia hat leider das Pech gehabt, heute das Leder nicht über die Linie zu kriegen. Hat sich viele Chancen erarbeitet. Der Knoten wird da sicherlich irgendwann mal platzen. Wäre nicht anderes als Timo Heinze, konnte dann auch das 5-1 schießen. Ein Kick nach hinten abgelegt, geschossen. Ich glaube, von Niklas Hoffmanns noch leicht abgefälscht. Könnte man sagen, vielleicht ist es sein Tor. Aber das war wieder das genau, weshalb Timo Heinze so wichtig ist für diese Mannschaft. Dass er vorweg geht, dass er die wichtigen Wege macht, dass er taktisch die Jungs in die richtige Richtung weist und dann die Abschlüsse nimmt. Und nicht umsonst ist er aktuell Rekordtour-Schütz der deutschen Nationalmannschaft. Also Deutschland insgesamt in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut. Ein paar Namen habe ich genannt. Ich möchte damit aber umgekehrt nicht die Namen, die jetzt nicht gefallen sind, dadurch nicht auch in den Vordergrund bringen. Insgesamt, glaube ich, muss man stolz sein oder darf man stolz sein auf die Leistung der deutschen Nationalmannschaft. Wir haben gegen eine sehr gute Futsal-Nation gespielt. 13. hat der Weltrangliste. Egal, was man von diesen Weltranglisten hält oder nicht. Das ist eine Mannschaft, die versteht Futsal. Und das haben wir in der ersten Halbzeit auch gesehen, wenn sie wirklich 110% gibt. Und trotzdem sieht man, dass Deutschland auf dem richtigen Weg ist. Und diese Spiele kann man nutzen, um genau diese taktischen Feinheiten, Kleinigkeiten, die vorhin auch angesprochen wurden, mitzunehmen, den Spielern mitzugeben, damit die das wieder in ihrem Trainingsalltag verbessern können. Und ich hoffe, dass viele Interessierte an dem Sport das hier gesehen haben und das auch dann wieder weitergeben. Und alle die, die ihr das hier auch verfolgt habt, vielen Dank, dass ihr einschaltet. Ich glaube, wir brauchen auch immer eine hohe Einschaltquote bei Sport1. Gibt das an allen Leuten weiter, denn je mehr Leute das sehen, desto eher kriegen wir den Sport wieder einen Schritt nach vorne. Der Ball geht zurück zu euch. Was meintet ihr? Wie habt ihr das Spiel gesehen? Wem fandet ihr gut? Wen fandet ihr vielleicht heute nicht so gut? Für Feedback und Kritik ist, glaube ich, immer Platz. Nur dadurch können wir besser werden. Und das bitte ich euch auch für mich. Habt ihr irgendwelches Feedback für mich? Habt ihr Sachen anders gesehen? Was würdet ihr gerne hören? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, bis dann. Ich hoffe, euch vielleicht bald wiederzuhören. Auch mal mit einem Nationalspieler. Lasst euch überraschen. Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020